herzlich willkommen wir sind jetzt hier als finland nationaltrainer unterwegs daheim gegen die türkei zwei länderspiele hat man schon gespielt eines gegen tschechien 2 zu 2 unentschieden und eines gegen portugal da hat man glaube ich 2 zu 0 gewonnen oder 1 zu 0 ich weiß es jetzt nicht mehr genau viel gewonnen fail vorbei gescheißen reingang an mehr so gut wird nicht auflaufen von anfang an hier wird noch ein bisschen geschont da er verletzt war das könnte ein bisschen abseits gewesen sein ja nein nein Der hat sich meiner Meinung nach auch ein bisschen theatralisch fallen lassen, gelbe Karte für Lott. Fünf Minuten gespielt, ja eine Hammergruppe, die vielen hier zu knacken hat, so nichts. Oh, 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 Gott. Oh. 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 Ja, aber die Birken spielen schönen Fußball. Oh, da ist er noch ankommen, vor Whisky. So, Jensen. Juh. War da gut bei Ruta-Grohli, die typische. Muchtiger Schuss. Da deutet er es, geht's mehr, Mann, attackiert ihn früher. Ah ja doch. Ui, der ist schön ausgestiegen. Schau mal, Lulu. Da hilft nur ein Foul. Die gelbe Karte wird es hier für geben. Für Ara Juri. Oder. Glück gehabt. Für das Houl hätte es mindestens gelb gemüssen. Oh, Whisky. Jawohl, schöner Konter, den sie hier gefahren haben. 1 zu 0 für Finnland. Schöne weitergegeben. Drüber, Doppelpass-Spiel, par excellence. Und das ist das 1 zu 0. Ja, er dankt es dem Trainer, dass er ihn einsetzt von Beginn an. Und dasολ開if. Und das ist das 1 zu 0. Und das ist das 1 zu 3. Also, das ist das 2. Und das 2 zu 1. Also, derverse. nicht durchsetzen. Schön! Oh! Oh ja, da hat er den jetzt nicht getroffen. Oh Mann, oh Mann. Ja, Finnland gibt jetzt den Ton ein bisschen an. Oh, jetzt sind die Türken dran. Schön verlagert. Oh. 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 Neu. Oh. 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 Oh, nein, Wurz. Hauter Zweikampf Wenn er noch zum Torwart gehen hat Oh, das ist glaube ich abseits, oder? Nein War nicht abseits Ja, Finnland verkauft sich hier echt gut in der ersten Halbzeit Am Anfang hat man ein bisschen geschwitzt, aber dann nahm Finnland Fahrt auf, 1 zu 0 durch Risky Oder wie auch immer man den ausspricht So, jetzt betreten zwei Risky's das Feld Weil das Risky Co. ist mir zu groß Wegen der gelben Karte Oh Oh, blockiert So, Bucky wird man jetzt aufs Feld holen Der andere Stürmer hat wenig gezeigt Oh So spät für Bucky Oh, gut mitgenommen Oh Oh Ja, sie kämpfen hier um jeden Ball Oh Oh Schöner Spooky Oh 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 Super Pass Risky Oh Mann, mit dem Kopf Schwach geschossen leider Ja Aber ich meine eine Chance Ne, ne, das war nichts Töre gegen Turan 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 Töre gegen지 Töre gegen Turan Töre gegen Turan Oh, der Scheiße. Oh. Bucky, Alter. Was kannte er alles? Hm. Schön Bucky auf Risky. 3 zu 0. Schön hier freigespielt. Oder war es über Bucky? Oh, ich glaube es war Bucky. Zweites Quali-Tor. Und Fünnland spielt sich eigentlich eine super Qualifikation, muss man sagen, in der schweren Gruppe. So, Eckball. Auch eine gute Variante. Ja, 3 zu 1. Aber ich glaube, das rüttelt am Ende-Ergebnis nichts mehr. Ich will mir noch defensiv ein bisschen absichern. Schön gemacht. Sparf gegen Jensen. Schön, schön, schön. Schön, schön, schön. So, Bucky. So. harmlos da macht nichts bringt auch wieder Zeit jawohl das war's Finnland biegt die Türkei 3 zu 1 und hier die Zusammenfassung gelbe Karte von Lott und hier das 1 zu 0 aufgespielt auf Risky der glaube ich einen Stammplatz möchte hier beinahe das 2 zu 0 auch durch Risky und hier schön aufgespielt das war schon Pukki in der zweiten Hälfte auf Hettemey schön gemacht und hier ein Risky Solo bringt das 3 zu 1 was quasi der Todesstoß für die Türken war aber ein leichtes Aufbäumen gibt es hier noch hier noch nicht schön abgewehrt aber hier per Kopf zum 3 zu 1 das lässt die Finnen hoffen ich bin der Fanggamer macht's das gut bis dann und ciao ciao Bis zum nächsten Mal.